Geben Wins! Geben Wins kommt! Der Platz! JA! Da! Kommt er! Motor raus! Kombel Motor raus auf der Hauptstraße Oh, der dreht die Kanone! Stirb! Ja! Weg hier! Pscht, pscht! Woh-wohhh Im Hero free потом Ihr stört gut, bleibt so Ob ακ wahr? ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ja hast du gut gemacht ist der panzer linie jetzt bei dir oder ja ich laufe hinterher aber wir haben noch den church aber ihr dürftet euch fahr ruhig ein bisschen weiter der fährt jetzt nach da und wenn ihr euch da auf die straße stellt dann solltet ihr euch treffen bevor er zählen fahrer weiter fahren wir weiter die straße lang also wenn wir sie sehen so gerade und möglich so alles machen wie möglich dann kann ich einfach auf das war schießen also ich habe gerade im internet geschaut es war eine hellcat ich will aber sagen dass die hellcat eher helle was grün ist er fährt jetzt auf die straße ja keine ahnung knall weg ja schön mit dem motor zu uns ey lol ja ist weg das ding ja der ist weg steht mit auf der straße schützen noch mit rausgeschossen ja ja alles gut und zerstört hellcat zerstört jesus schießt dieses scheißteil hier schnell das gibt es eigentlich nicht ist übel ist wie eine pack hellcat anguckt das ist oder der church und dann bin ich jetzt hellcat also das war der panzer schermann direkt vor mir fährt richtung west jetzt fährt er auf mich zu richtung nord ost motor auslassen ja lad ruhig zu er ich bin schermann ich glaube wir müssen aber weiter rechts an fährt jetzt direkt auf die straße zu ne bleib so bleib so lass dich nicht sehen geh in deckung lass dich nicht sehen da bitte jeter ich mein den go ich lass mich nicht sehen was ist denn grad mördlich von uns explodiert keine ahnung da ist nix von uns hinter uns am täler glaube ich ja Motor ist raus äh der kommt rechts von uns wir sind so viel tot eigentlich ja wir sind tot zwei alter hinter uns und der panzer von vorne haben sie richtig gut gemacht schermann im Norden da hinten vor der Cromwell ja eine straße weiter ja ich hörs auch ich hörs auch es ist schermann ja jetzt haltet da mal ne klappe da oben rote an ich hör was ist hinter uns 130 grad wende wende rechts rum also auf über 3 richtig hat einer daneben geschossen oder was war das? nein das war T tot da ist noch einer da ist noch einer oh ganze Squad vor uns einer ist tot rechts auf der Seite rechts von dir WC drin lassen ja der ist andere Seite ja ist tot hat nach Rauch fallen lassen weiter rückwärts fahren ich seh hinter mir nix ne das ist ein german alles gut das ist ein firefly ich seh ihn ja ja nein das kann nicht das kann nicht das kann nicht ja 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 ich sag doch ich hab hier schon der ist commander los ja ja zerstört weg hier vorwärts fahren vorwärts fahren ach dicker ich hab hier diesen nachraise holz dafür deswegen deswegen hab ich hier den feuerkampf von 3 minuten geführt ja macht Sinn Panzer Halt Mutter aus meine Atten kommen Wolltest du die Hakan nicht lieber auf 12 lassen? Mutter aus haben vorwärts fahren Tja Hammer Firefly komm aber gut geschossen die Stäbe sind scheiße ich weiß wir haben echt Glück gehabt dass der jetzt gerade nicht wusste wo er hinschießen soll ja er hatte alle Zeit der Welt und nicht ganz schön unser Amoreg auszusuchen und da mal schön ja aber von vorne ist der Panther ja fast unknackbar ne ne das stimmt nicht der Firefly hat die beste britische Kugel der hat mehr Penn als die APDS der kommt links neben uns ist gerade eine Granate eingeschlagen AT ja die werden schnell respawnen das sind Handgranaten das sind Handgranaten LOL das sind nur gelb wir können kämpfen eigentlich ja locker easy sogar der Krommel ist bei dir oder was? weiterfahren bis du da ja der wird sehr geladen ja als was du willst lad doch ja was er willst kein HA ja HA wird das 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 macht man wenn nur bei einer Hellcat und dann auch nur wenn man ganz mutig ist kannst du nochmal markieren ok das ist meine Marker ok der fährt nach Süden Motor an ist noch leicht der Motor war nie aus bitte einfach nochmal zurückfahren gleich den Weg zurückfahren gleich den Weg zurückfahren ich wiederhole es einfach für dich damit weil keiner so leise ist du guckst genau auf den Kornstein B äh die haben einen der der ja ich sehs hast du noch Sicht auf den? ja ich guck auf ihn bleib bitte an der Kreuzung stehen bleib da stehen bleib da stehen B ist so dass du Panzerhal ja ich seh ihn beschießen boah wir sind scheiße ja Treffer Mutter raus ja wir sehen ihn wir sehen ihn wir haben gute Sicht wir haben gute Sicht knappe und zerstört Krommel zerstört was ist heute los? ja 183 Wände ja der Panzer saß der ausgestiegenste ist tot iiii die zweite jetzt seid einfach nicht zum Saller ey ja 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 lass das mal die sind totes dann die bei uns dein Lass dein Lass dein Lass wo denn wo denn wo denn dein Lass weiterdrehen weiterdrehen ja weiterdrehen weiterdrehen nicht drehen wie ein großer ja im Moment noch nicht so viel andersrum drehen andersrum drehen andersrum ja ne wieder anders jetzt vor uns nochmal andersrum komm jetzt ja so blatt geflatzt aber zurück zur Base ja schön gemacht Arschloch ja wir sind einmal beide in die andere und dann sind wir in zwei verschiedene Richtungen gedreht das funktioniert ja ich hab den vor uns gesehen dass er nach links gefahren ist und dann Kanone war auf 7 das hat schon so gepasst Ja, das war so ein bisschen hektisch. Ja, wir haben das gut gelöst. Wie oft haben wir schon Logistik-Chucks rausgegeben und genommen mit unserer Panzer. Der Krattfahrer ist geil. Ja. Wer ist der Karnevalist? Alles klar. Verstanden? Wir können gerade leider nichts machen. Haben wir Sherman. Ach, einen Sherman. Normal oder Firefly? Ich glaube, normalerweise hat er wieder rechts. Aber der ist schneller wie wir, ne? Ja. Als. Danke. Stimmt auch. Panzer, als. Der dürfte schon weg sein. Schalt. Schluss genau auf Marke. Treffer, etwas weiter unten rechts. Ja. Amoreg, etwas weiter rechts davon. Weiter, Treffer. Er fährt vor, Motor ran. Folgen. Ne, ne, der ist gefahren. Ja, wir haben gut. Was warst du so gesehen? Am Mastem-Moller-Scharm? Ja, ich sehe ihn wieder, ja. Ja, ich sehe ihn auch. Einen Arsch zu uns. Treffer. Kriegst du noch einen raus? Ja, wahrscheinlich schon. Ne. Er ist jetzt hinterm Busch. Fährt weiter links weg. Nice. Ist es ein Firefly? Ja, es ist ein Firefly. Ja. Der dürfte aber dunkel orange sein. Ja. Hier ruhig reinschneiden. Ja, ja. Ich bin dabei. Der dürfte nach rechts abgehauen sein. Ja, fahr einfach da, jetzt gerade Ausflüge machen, ne? Ah, graben. Ja, ich fahr schon ein bisschen über die Straße, ja. Ja, wird aber auch gemacht haben. Ist er links von uns, hinter uns? No. Da habe ich gerade irgendwas gesehen, irgendwie Staub oder so. Ja, vor uns ist er nicht. 180 Grad Wende? Ja. Die andere Straße, die da nach Norden ging. Da meine ich, habe ich was gesehen, kann aber auch von uns selber irgendwie gewesen sein. Was war jetzt so weit hinten? Schwer beschädigt, hinten war ich es, ne? Ein schwer beschädigter Firefly fährt wahrscheinlich nach Westen. Vor uns im Wald ist Feind, äh, Panzertemandan, die sind auf jeden Fall da hochgelaufen. Er, also ich habe es gesehen, wir werden uns jetzt erwarten, hier vorne an der Ecke. Panzer hat. Ich drehe ein bisschen ein, um anzuwinkeln. Ja, so viel winkeln ist gar nicht so gut. Ja, noch ein bisschen winkeln ist gut dabei. Ich habe Sicht auf den Kommandanten. Ich glaube, wir können von hier eigentlich, dass ich hier keinen Panzer beschließen, weil da so viel weiter dazwischen ist. Das ist okay. Hallo. 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 Das war kein Kommandant. Ja, aber war einer, der drin saß. Ja, nochmal der Panzerschützer. Vielleicht haben wir den Kommandanten schon getötet. Dann wird der Panzer... Mika, fahr mal, äh, oder mach mal eine Fake-Fahrt. Also, Leertaste, aber währenddessen B-Druck, damit der Deck ist mir vorfahren. Ne, ja, will ich nicht. Der wird, der wird weiter, weiter nach Norden hier gefahren sein. Jetzt auf, hör auf. Also. Ich werde das Krabber in der Situation benutzen, damit der irgendwas demnächst macht. Ja, kann man. Das ist gar nicht so dumm, dass die den Panzerknüppel abgestellt haben, um zu prüfen, wann wir hinterherfahren. Mhm. Wolltest du nochmal aufsitzen, oder? Ja. Hat Zeit. Ist er da im Wald? Ich hab den Wald gesagt, oder? Nein, ich hab den Wald gesagt. Ach so. Ich hoffe, wahrscheinlich die rechte Straße. Okay. Ja, ich höre hin. Der fährt aber, glaube ich, weg. Ja. Ja, der will nach Norden wegreißen. Motor an. Wenn wir jetzt gerade auch so einfach weiterfahren, dann kriegen wir den. Ja, fahr links zur Straße lang. Position. Das ist in meine Blickrichtung gefahren. Mhm. Ja, der wird aber hier oben keine Rapper haben. Der muss hier irgendwo vor uns lang fahren. Wenn der gleich vor uns auftaucht, ja? Ist er da auf der Marke? Ja. Er ist da auf der Marke. Ja, direkt von uns. Halt, 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 halt. Kannst du mich schießen? Siehst du noch? Jo, jo, locker. Easy. Zerstört. Firefly zerstört. Auf ganz der Marke. Hacker war auf sechs. Wie er genau 90 Grad zu uns gefahren ist mit der Kanone auf sechs. Wie geil. Ja, ja, hast du auch gesehen. Schaut so, wie viel Mutti haben wir noch? Äh, 25 BC, 10 CR. Verstehe nicht. Sind wir nicht. Nein, gar nicht. Äh, guck mal ganz kurz, mach mal die Map auf und guck mal auf den Timer. GG. Ja. Ja. Dann, ja, dann können wir stehen bleiben. Ja. Kannst du bitte die vierte schreiben? Oh, beschuss. Nee. Für die paar Sekunden? Doch, 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 damit wir den Panzer nicht noch verlieren. Ah, okay, ich verstehe. Wir gönnen denen das nicht. Jetzt weg hier. Die smogen uns ein, okay. Jetzt. Jo, tatsächlich noch ein AT-LA gewesen, ey. Jo, yeah. GG. Acht Fahrzeuge, 100% Accuracy, 19 Kills. Nice.